Immer dasselbe im November. Krasse Sache. Woho! Was macht ihr da? So, haben wir Gänsehaut. Krass. Heftig. Ich tue nochmal wegzoomen. Wegzoomen, wegzoomen, wegzoomen. Weiter wegzoomen. Hier, das ist jetzt Richtung Osten. Ost-Süd. Oh, herrlich. Krasse Scheiße. Also Leute, das habt ihr echt drauf. Was denn jetzt haust ihr ab? Nicht abhauen. Nicht abhauen. Mal gucken. Gehst die wieder auf. Nee, ist was abgehauen. Oh Mann. Hm, nochmal. Also liegt definitiv nicht am Fokus. Jetzt habe ich genau dasselbe gemacht wie vor. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist kein Stern. Komm, geh noch mal ein bisschen auf. Die Missionstour. Ah, jetzt. Jetzt bist du wieder da. Jetzt geht's wieder los. Und. Oh, krass. Oh, krass. Eigentlich hat mich meine Katze draufgebracht. Die ist auf einmal aufgewacht. Musste kotzen. Und hat mir signalisiert, dass ich rausgehen soll. Dann bin ich nach draußen gegangen. Und draußen. Was macht man, wenn man über die Katze nachts spazieren geht? Erstmal in den Himmel gucken. Ja. Das kenne ich irgendwie. 2011 schon mal da gewesen. Oh, krass. Jetzt geht's wieder los. Hammer. Hoch, hoch, hoch. Das kommt immer vor und zurück, oder? Ja. Jetzt zoome ich nicht. Krasse Scheiße. Und ich glaube, 2011 war das auch die Richtung gewesen hier. Ich glaube, da stand ein bisschen weiter hier drüben. Wenn das irgendjemand... Oh. Oh ja, schön. Guck mal her. Irgendwie sieht es aus wie ein Auge. Ziemlich rundes. Krass. Krass. Tja. Jetzt kann ich das wieder stundenlang filmen. Ohne dass es irgendein Schwein interessiert. Spät haben wir es eigentlich. So um 3, um 4. Nachts. Ja, unter der Woche. Da schlafen alle. Also die Nachtschicht haben wir. Die sind auf Arbeit. Krasse Sache. Okay. Also mir tut mein Arm jetzt weh vom Filmen. Für mich ja nichts Neues, aber vielleicht für euch. Ahoi. Und dann noch nicht mehr durch. Ich hab nehm.